Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Letztorakel, da ja das Duell im Monat leider ja der Last gewonnen hat. Immer noch. Ja, okay, vielleicht soll ich es so nicht in Blau spielen. Spielen wir Letztorakel, weil es ja englische Woche in der Bundesliga ist und deswegen haben wir uns gedacht, dann spielen wir mal Letztorakel heute und morgen. Morgen kommt Gladbach gegen Wasburg. Nicht den Höger. Achso, ja und wir spielen Hamburg Schalke, habe ich das schon gesagt. Ich weiß es noch nicht. Banetta wollte ich auch nicht spielen. Boah, ich weiß gar nicht mit was ich spielen soll, ey. Ah, der beißt, der muss aber rein. Nein, ich bin fertig. Den Nierer-Check finde ich total schlecht. Acht. Sekunde. Ja, komm. Was soll es? Wenden, darf ich schießen? Neustetter. Mit Rinkon. Ach du Scheiße. Ich wollte ja was ausprobieren, das funktioniert bestimmt eh nicht. Hast du Torjuriel oder so? Ne, ja. Da trifft er die Latte. Ne, wollte ich gerade noch raus suchen und dann habe ich vergessen, weil ich dann was anderes getestet habe und dann... Ja, dann machen wir das morgen für Gladbach gegen Wasburg. Ja, da werde ich viele Tore schießen. Ja, meinst du? Ne. Ne? Warum? Ja. Warum schlitzig einfach in Dunkelblau? Ey, dann die Tricks sind ja mal total hässlich. Ja, ich fand die Scheiße. Danke. Weil er voll nicht nach Hamburg aussieht, ey. Ja, jetzt schon. Ja, nach Manchester City. Ja, ich denkst du, mit wem spielt denn der nochmal? Hamburg. Ja, war ein Schuss, ne? Ohne Scheiße. Doch, ich habe Fähr gedrückt, ohne Scheiß. Pace zurück. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mann, Foul. Ja, nein. Doch. Ähm, Körpereinsatz. Körpereinsatz. Ja, okay, hätte man auch aufheffen können. Ja, weißt du, das, 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 das kann ich schon wieder aus. Ja, das. Weil es schon echt gut ist von Hamburg. Ohne den, äh, glaube ich, wären sie unten drin, ey. Ohne wen? Son. Ich glaube auch nicht, dass, äh, die den lange halten können. Und ja, sagen, sagen ja schon viele, sondern Liverpool und... Auf jeden Fall hat ja Angebote von England. Denk ich mir auch mal. Ja. Ja, das wird schon gewartet. Ey, weil du gerade schießt... Ey, boah, das irritiert mich so dermaß mit den Trikots, ne. Ja, das war voll. Nicht? Ja, der Schiri pfeift heute mal wieder nicht für mich. Ja, das war die 5 Euro, wär's nur gekocht. Na, verfahren. War hammer Flanke. Ja, deswegen verfahren. Scheiß mega, ey. Ey, hallo, nicht raus, das ist so klar. Äh, verfahren kann auch nur rennen. Ja, wie nennt man das noch hier? Aufraum, ich kann da, ey. Ja, dunkelhäutiger Mensch. Schwarz pigmentierter, ey. Ja, oder so. Ja, aber einfach nur n... Ja, einfach nur Gangster. Ja, wo ist mein Stürmer? Ja. Anstatt der 25er komische Typ da, was weiß ich, wer da ist. Weil ich ja gar keine Ahnung von Scheik gehabt, von den Nummern her. Ja, wo er die hat... Ne, die 25er. Das weiß ich auch gar nicht. Wirst du vielleicht um rechts gucken sollen. Unterlad, bestimmt. Unterlad, die 25er. Ja, also warum läuft der Homo sich da nicht frei? Ja, der war aber Hopi war am Sturm, ne? Also Hopi war vorne drin. Ja. Aber das ist ja nicht der Stürmer. Komm, spiel doch! Und die Schalker holen sich debattern. Ehm, komm, hier wenigstens Pässe an. Na so, ey. Wollte gerade nach unten passen. Oh, Fuchs, du kleine... Oh, Fuchs, nur wegen dem Sitz... Okay, ich mein, gegen Pyrus hatten sie echt mega viele Chancen, das stimmt, ja. Ja, das sollt ihr kommen sehen, als hätte er es gehanzt. Komm, mal abgedruckt. Und schon wieder Ex-Ball. Alle deutschen Mannschaften weiter. Ja, das ist wunderbar. Also, ja, Stuttgart ist ja jetzt ja nicht weiter, aber gegen Molde da am letzten Spieltag ist ja... Ich muss mir da gar keine... Ich muss mir da gar keine Sorgen mehr. Ja. Kann sich sogar in England war, Martin. Warum? Letztes Jahr hatten sie nur Chelsea, nur wegen dem haben sie so viele Punkte geholt. Nur wegen... Ja, nur den Chelsea. Ja. Boah, renn doch weiter, ey. Der hat das für ein Pass, aber ganz normal X gedrückt. Vor allem bei der Haute hätte ich da Dinge nach vorne. Hm. Die sind auch langsam, die Spieler. Siehste? Ach, nix. Oh, hätte mich nicht gewonnen, wenn er auch nicht gefiffen hätte. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Rot. Walbe. Ich habe ja... Oh, jetzt ist gar nicht... Der kippt rot. Der ist gar nicht draußen, der Typ, ey. Ich bin schon wieder im Besitz der Kugel. Spiel doch. Oh, oh, Thunderfahrt, spiel doch. Ja, stark. Ich bin vielleicht ein bisschen sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Boah, immer will ich grad passen, ey. Ach du Scheiße. Uiuiui. Für du. Beide. Na, langweilige erste Halbzeit eigentlich. Eine Torchance hat man nicht wirklich, ne? Du, eine. Von Affelei hat dein Schuss. Es reicht doch, aber jetzt echt, boah. Das ist aber jetzt, das ist aber mal geil. Man kriegt ne Rot an das Heerende. Ja, ich wollte schon, boah, ey. Die sind zum blöden Mann zu nehmen. Was macht er denn? Ja, Son, echt stark. Boah, ich wollte erst gerätschen. Wunderbarer Steifahrt, aber leider kommt er nicht an. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Haus. Ja, passen haben sie da wahrscheinlich doch nicht so drauf. Wer hat das eigentlich? Fuchs? Ja, ne? Ja, Fuchs. Fuchsspiel auf links. Fuchs? Fuchs, Fuchs. Fuchs? Fuchs nicht mag. Er muss jetzt kommen. Ja, ich. Fuchs. Fuchs. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteamwechsel. Und jetzt hat er die Schaus zu flanket. Das ist es! Und soll er auch aus? Ja. Wohl Chalk hat eigentlich keinen zweiten Stürmer, ne? Ja doch. Den Pukki, den Marika, ja okay doch. Mit Zelda! Ja, ich finde es war doch alles. Mit Zelda! Jawohl, jetzt will er doch an Zarpal. Ich hab gedacht, du bist am Mann und ich wollte grätschen. Ja, warum mein Auge stehen geblieben ist, weiß ich auch nicht. Vor dem Verfahren, natürlich, bist aber jetzt meine Auge raus. Wat ein Grottenkick. Ja, das war gewollt, ja. Was ist das denn? Da gibt's doch nichts. Ach, Schiedsrichter, Mann! Jetzt ist das aber echt magisch. Geh doch nicht mal heran, er nervt so. Aber wozu erwarte dich nur? Wechsel doch mal den Spieler. Oh! Oh, weh! Na, nicht schlecht. Aber bei dem Freistoß, das müsste echt genau sein. Sie ist ja bei mir da, zweimal Pfosten da. Die sind eigentlich immer mega knapp. Besser als sie irgendwo in der Wallachle zu jagen. Ne, ich brauch nicht mehr wechseln. Okay, ich mach weiter. Und die Schalker holen sich debatt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel ab. Ach! Da ist der jetzt eh weg. Da ist der jetzt eh weg. Da ist der jetzt eh weg. Hat der eine Nase, ey. Das gibt's. Juggi, 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 Juggi. Foffern raus. Wir lässt... Wir lässt... Wir lässt den Dorf recht spielen. Ja, Obasi. Obasi! Watt! Ey, du kannst dich nicht nur auswechseln. Das war Pukki! Ja, ich kann sagen, war abseits. Komm, geh, geh, gib den Backpfeil. Ach du Scheiß, ey. Das ist so nicht wahr, ey. Gib doch! Auf einem Leverkusen war auch 0-0. Nö, nö, nö. So war... Äh, war genau so langweilig. Was lehrt uns die Ballbesitzstatistik? Yes sir. Diesen Pass wird durch keiner der Kollegen kriegt. Ja, also wenn ihr jetzt guckt, ihr könnt wegschalten. Das Spiel geht 0-0 aus. Ja, ich tu das dir nicht an, weil ich möchte auch nie 0-0 sehen. Das ist einfach so. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ah. Oh! Okay, da waren wir mal. Ja, Mann, ich muss die Chance vielleicht, weil ich den Ball nicht getroffen habe. Boy! Das gibt's doch... Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein, dass die Spieler so schlecht sind. Ja, wir sind so schlecht. Ja, da kann ich an uns gegen. Ja, Pukki, spring nicht. Ey, du bist jetzt schon der Nachfolger von Bartstube, oder was? Ja, das Bartstube. Hallo, kannst du mich mal loslassen? Danke. Aaaaah! Oh Gott. Yes! Heißt, der wurde ja hingeschossen heute! Ach du Scheiße! Er wird in Zeiten ausgegangen! Erstmal muss ich, äh... Das war natürlich ein geiler Einwurf. Das ist natürlich jetzt echt extrem doof. Ja, fast noch sanfter. Nooo! Ja, cool. Jawohl! Jawohl! Was ist das, Alter? Das nervt über... Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, wir sind... Ich glaub, wir sind der erste schlecht, weil wir schon lange kein FIFA mehr gespielt haben. Was machen die da? Ich sollte auch vielleicht mal umstellen. Ja, hab ich ihn schon, ne? Ja, hab ich ihn schon, ne? Komm, sehr offensiv. Boah, Triskehend. Ach du Scheiße. Boah, Triskehend. Boah, Triskehend. Boah, Triskehend. Und das macht er richtig gut. Achse, der ist schön. So, jetzt kommt der Konter, zack, meh, meh, 1-0. Boah, Triskehend. Oh, der U-Basi ist genauso schlecht. Jetzt vielleicht. Ich denk, immer verfahren wir dann... Ist das noch. Aber wenn er genauso schwarz ist. Kannste gar nicht erkennen. Ich hab gesagt, das Spiel geht nur los. Ich hab euch... Fünf Minuten nachspielzeit. Fünf Minuten wofür? Jetzt passiert nichts. Ich hab euch gemeint, dass das Spiel nur los geht und dass er wegschalten sollte. Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann... Ich hab euch gewarnt, also... Das ist nicht meine Stunde. Ich wollte das auch nicht. Das gibt's nicht, da kommt nicht ein Pass an. Ah, das ist faul. Ja, ich wär durch gewesen. Jetzt pfeift er ab. Ja, 0-0. Verlängerung gewinnt ja nicht. 0-0. Ich glaub das Spiel geht... Ja, ne, ich glaub nicht. Ja, war die beste Chance. Ach, vielleicht wird er drauf geschossen, ne? Ja, beide. Ja, ne, unentschieden. Ja, 0-0. Morgen Gladbach gegen Wolfsburg und... Dann kommt erst FIFA wieder am Freitag. Am Freitag? Am Freitag. Also jetzt morgen Gladbach gegen Wolfsburg. Nächste Oracle. Bis morgen.